Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson tritt mit sofortiger Wirkung als Abgeordneter zurück. Er sei sehr traurig, das Parlament zu verlassen, teilte Johnson in einer Erklärung am Freitagabend mit. Er werde von einer winzigen Handvoll Leute herausgedrängt, die keine Beweise für ihre Behauptungen hätten, sagte er. Grund seien Vorwürfe eines Parlamentsausschusses. Das Gremium war zu dem Schluss gekommen, dass Johnson in einer Befragung das britische Unterhaus belogen habe. In der sogenannten Partygate-Affäre waren mehrmals Bilder und Berichte über Feiern im Amtssitz des Regierungschefs in der Downing Street öffentlich geworden. In der Parlamentsbefragung dazu hatte Johnson argumentiert, er habe das Parlament nicht wissentlich falsch informiert, als er gesagt habe, es seien alle Corona-Maßnahmen eingehalten worden. Der Ex-Premier Boris Johnson hatte nach einer Reihe von Skandalen im vergangenen Jahr bereits sein Amt als Regierungschef niedergelegt. Schreie des Regierungschefs Vielen Dank.